Hallo, heute stelle ich euch den Universalläufer von Andiamo vor. Er hat die Größe 57 cm x 180 cm. Er ist eigentlich für die Küche gedacht und deshalb werde ich ihn jetzt gleich mal in meiner Küche auslegen. Und hier haben wir den ausgelegten Andiamo Küchenläufer. Optisch sieht er wirklich absolut top aus, modisch, macht was her. Leider, auf den zweiten Blick muss ich feststellen, er ist extrem rutschig, lässt sich leicht verschieben und ist somit nicht geeignet eigentlich als Küchenläufer in der Küche. Wenn ich hier, man sieht, wie leicht er verrutscht, tritt man drauf, verrutscht man. Also das dürfte bei einem Küchenläufer eigentlich nicht passieren. Er ist relativ dünn. Man bräuchte vielleicht noch eine Rutschunterlage, damit der Teppich wirklich hält. Aber ich erwarte eigentlich für den Preis, dass eigentlich hier soweit alles schon mit eingearbeitet ist. Er ist auch relativ dünn. Die Farbe natürlich mit dem Weiß, Schwarz. Das Weiße ist natürlich auch anfällig wie Dreck, auch wenn er waschbar ist. Ich kann dem Andiamo Teppich nur drei Sterne geben. Er ist optisch, ist er nicht schlecht. Wirklich ansprechend. Aber für die Küche ist er absolut eigentlich nicht geeignet. Es sei denn, man legt einen Rutschstopp für Teppiche unten drunter. Also, wir machen... Untertitelung des ZDF, 2020